UNTERTITELUNG So, wir gehen ein bisschen noch zurück in der Zeit und spielen den Track, den haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gespielt. So lange nicht mehr gespielt, dass ich wirklich selber Notizen mache und das ist echt selten, aber naja, der Track heißt Get Alive und ist vom zweiten Album. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Only ways of life is life antib soldier Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Applaus Applaus Hat der noch jemand bekannt den Song? Ah, super Ah, okay Weil ich hab das immer so gut gehört Ist auch einer der wenigen Tricks So Musik 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 Musik